Moins zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Heute gucken wir uns mal wieder in den aktuellen Status bei mir auf der Baustelle an. Sind ein paar Steinchen oben mehr gesetzt worden. Wie jetzt gearbeitet wurde, wie verklebt wurde, das überprüfen wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß, los geht's. Diese Aufnahme beginnen wir erstmal die Kontrolle außen. Warum außen? Guckt euch das mal an. Man sieht ja den Schweizer Käse hier. Hier sehen wir Striche. Also die Fugen sind hier relativ breit. Und das ist bei diesem Ytong-Stein von Xella nicht so sinnig. Wir sehen, dass jetzt auch an manchen Stellen hier überall so ein bisschen reingepinselt wurde, nachträglich. Aber eigentlich sollte es hier richtig schön quillen an Material. Denn so ist es nicht ganz. Ich gehe auch gleich mal mit so einem Eisenstückchen durch. Da sieht man nämlich, dass zu wenig drin ist. Wenn wir aber jetzt weiter zurückgehen, sehen wir, dass nämlich an der oberen Schicht, wo wir den Kollegen dann nämlich auch gesagt haben, deutlich mehr Kleber verwendet wurde. Und dann sieht man nämlich an den Positionen, dass es dort vom Kleber her deutlich besser aussieht. Weil guckt euch mal die Fugen da oben an. Das sieht ja gänzlich anders aus, als hier in dem Bereich. Ne? Okay, gehen wir mal hoch. Denn hier jetzt zum Beispiel sieht man das wirklich ideal. Hier kommt man nicht mehr so gut rein. Und so soll es ja auch sein. Die werden ja richtig verklebt, diese Steine. Und jetzt hier mit so einem Verbindungseisen reinzugehen, ist nicht mehr easy möglich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, da frage ich euch halt auch mal in die Runde, ist das so richtig, dass man hier den Stein so mehrere Millimeter länger lässt oder höher lässt, als den hier neben beispielsweise. Hier ist ein schöner Schnitt, wie ich behaupten würde. Das ist okay. Okay, aber warum macht man den nicht eben? Wisst ihr? Also das verstehe ich nicht. Die haben ja, da drüben steht sie, die gelbe, eine sehr, sehr geile Säge. Das ist doch keine Kunst, jetzt hier die Millimeter richtig einzustellen, um die Brüstungshöhe bei diesem Fenster in einem richtigen Maß zu haben. Wisst ihr hier? Der ist okay. Der daneben auch. Der hier ist auch okay. Aber dann wieder einer, der ist deutlich höher. Macht wenig Sinn, oder? Ja, hier drüben. Ich weiß nicht, ob man es von hier bestimmt besser sehen kann, denke ich mal. Sieht man das auch, ne? Bumm, bumm. Warum ist das nicht ganz gerade? Und auch die Höhe dieser Steine hier bei der Brüstung passt nicht. Ergibt auch keinen Sinn, dass man das hier wieder höher gemacht hat, ne? Okay, Freunde, wir haben jetzt auch mal eine Wasserwaage hingelegt. Also komplett ausnivelliert. Sieht man eindeutig, wäre es so. Aber bei den Steinen sieht es jetzt so aus. Also die hängt jetzt hier nicht wenig in der Luft. Das sind mehrere Millimeter. Bis hier drüben. Da ebenfalls. Kann man ja komplett durchgucken. Das kann ja nicht sein. Hier drüben an der Position ist das auch noch interessant. Man sieht das ja, dass die Fuge hier schmaler wird nach unten hin. Und dementsprechend, wenn du jetzt hier mit der Wasserwaage guckst, jo. Ach, Leute. Okay, nächste Situation. Das, was hier jetzt gemacht wurde mit der ausliegenden Eisen hier. Da wurde jetzt irgendwie was hier zusammen gemixt. Da müssen wir auch mal gucken, ob das so in Ordnung ist. Keine Ahnung. Dann wird es demnächst voraussichtlich auch nochmal interessant. Dieser Kleber hier. Wenn ich das Acceler selber richtig gelesen habe, dann soll der nur zum Verkleben hier genutzt werden. Aber wenn der hier an die Seiten kommt, hier hält kein Putz drauf oder ähnliches. Das heißt, der muss abgekratzt entfernt werden. Viel Spaß. Das wird auch noch interessant. Ja, ansonsten, so sieht jetzt hier oben es aus. Und ich muss ja auch was Positives sagen, es wirkt alles viel, viel größer gerade. Und wenn man sich hier die Wände mal anguckt, alter Schwierde geht das hoch. Da ist sogar noch eine Steinreihe mehr drauf. Also wenn euch hier an der Stelle noch mal irgendwas aufgefallen sein sollte, worauf wir achten sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Danke dafür. Ja, Freunde, dementsprechend schreibt mal gerne eure Meinung zu dem aktuellen Status in die Kommentare. Ich danke euch auch für die letzten Kommentare bei den ganzen Videos. Vielen, vielen Dank für euren Input. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.